7.38 Uhr, der 24.04.2019, da ihr könnt es wieder sehen, da kommt die Sonne, da wird es schön, guckt mal, und hier unten haben wir wieder unser bepissten blauen Wasserdampf, das ist so der Hit, tja, ändert sich nichts, hier zu bleiben, ist einfach so, da, guckt mal, und hier der Kack, tja, das ist alles nicht wahr.